Oh, meine Augen sind wieder so groß, ne? Ich glaub, der kaut selber. Der kaut selber. Okay, stopp. Randana, stürmer auf mich zu füttern, jetzt geh weg. Der müsste jetzt ein bisschen scherzen. Uno. Due. Due. Drei. Gut, auf jeden Fall einen der BPS vorher rauskommt. Quattro. Und jetzt? Quink. Oh, das war doch alles nicht so verkehrt. Cringe. Cinque. Cinque. Uno, due. Moment. Oh. Pst. Pst. Wo warst du letzte Woche, als wir den Mosk gekillt haben? Pst. 12.345. Digger, ich hab jetzt grad aus Versehen ne Pizza bestellt, Alter. 10er Subbombe für 80 Euro, nette Worte. Also, komm heute Abend vorbei, ne? Und, äh. Also, lass alles mit mir machen. Leid, zieh mir dann an. Wo, 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 was passiert hier? Oh. Oh mein Gott. F in den Chat. F in den Chat. Einer ist gestorben. Oh no. Macht euch bereit für 20 Fs. 2, 2, 1. 10. Hat schon wer. Oh Gott. Werde 27. Okay, also schon so richtig mitten im Leben, so mitten im Saft. Weißt du? Weißt du? Ey, ich will mal hoffen, dass ich noch saftig bin. Ich bin euch nicht schon glücklich. Wisst ihr das nicht? Ich hab als Türkel gelernt, dass man sich anposten und integrieren muss. Wenn die anderen fail, machst du einfach mit, um dazu zu gehören. 17er wurde zu high. 17er ist way too high für mich. Rätst du mich, Burdi? Wie, 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 retz mich? Ah, kann er, äh, was, ich glaub ich. Pst, pst, pst. Löscht die letzten 60 Sekunden. Löscht den ganzen Key. Ne, ne, ne. Machen wir gleich. Das ist actually auch nice. Danke, Scorpi. Danke, Scorpi. Danke, Scorpi. Gibt ihr diesen Spruch? Umso mehr du weißt, weißt du, lernst du kennen, dass du noch nichts weißt, dann ist noch weniger. Das ist der eigentliche Grund, warum ich so viele hohe Rio-Leute einlade. Ja, da ich halt so schlecht bin. Oh, ihr seid da drüben noch nicht fertig. Oh, ich auch nicht. Oh, mein. Oh, wir kriegen hoffentlich keine Mindbombs. Oh, ich liebe dich, mein Schmetterling. Oh, das ist so lustig. Guck mal, hier, da. 12 Sekunden, ich warte ein bisschen. Auch den Puls warte ich noch ab. Aber obviously, bevor die Bombe hochgeht. Oh, fuck, mein Life, ich hab dann eben geschossen. Oh, no. Oh, es tut mir so leid. Also, es ist... Okay, löscht das. Wir werden in den Stream. So, jetzt hab ich ganz kurz Zeit für den Chess. Schmeckt fast sogar gefuckt, ja. Das hab ich jetzt nicht gemacht, ne? Das hab ich jetzt, please, das hab ich jetzt nicht gemacht. Was für Eierfütze, die so richtig beißen. Das sind immer die ganz schlimmen, wo du genau weißt, Digga. Da ist... Was ist das denn hier? Warte mal, was ist das denn hier? Du kannst das halt nicht einfach cc'n oder totstellen, sonst kommt direkt das Dekatis. Erstmal es kurz vor denjenigen ist. Wie gesagt, wenn du auf 3 Meter von der Left so nach 20 Minuten hat der nicht so direkt den Tag, du könntest auch direkt rasseln. Was ist... Ah, ich seh nichts mehr. Hilfe! Ich seh nichts! Hilfe! Wo bin ich? Was ist... Klippt das nicht? Ich wurde ganz kurz zum Mädchen, Alter. Hier, oh, da ist was gepackt. Wuppa! Ah, yo, 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 yo! Bam! Oh, fuck! Ich werde das nicht geblieben. Oh, shit! Oh, stop! Oh, ich kann nicht mehr. Stop! Oh! Oh, ich seh nichts mehr! Meine Augen! Oh, please! Hey, wie du... Was machst du, wenn du 30 bist? Willst du dann immer noch vorm Rechner hocken und wie du die zocken? Yes! Ja! Die Antwort ist ja! Ich sitze immer noch hier. Digga, das ist doch nicht ein Nightborne, oder? Ja, sicher! Nightborne mit dem geilsten... Mit dem geilsten Transmob hier. Nein, nicht in dem... Du hast denselben Fehler gemacht wie ich. Ganz kurz, also... Hier ist die Kiste. Nimm die Kiste. Mach dir eine Linie von diesen Kisten. Von der Längsseite. Ja. Stell dir die weiter vor. Und dann tankt den Boss... Hier oder hier. Ja, such dir eine der beiden Seiten aus. Na, ich hab die früher auch in der Kiste getankt. Tankt den da. Nicht zu weit. Und ehrlich, wenn du das so machst, können die DDs ungelogen... Hier stehen... Oder sogar hier stehen. Oder fast sogar hier stehen. Und hier hast du so viel Platz. Du kannst voll auf den Boss durchballern. Du bist immer noch lost. Trust me. Ja. Tankt den so. Was für ein Gucken im... Oh Gott. Ich seh die Garten. Ihr seid so sch... Das war nicht Absicht. Wo... Das zu grüßen, stell dich erst mal vor. Nimm dir das mal einen Schlauch, stell dich erst mal vor. Sert ist schon da. Ja, den Schlauch nimmst du gerne. Was hast du gesagt? Du nimmst gerne einen Schläuch in den Mund? Ich mach das jetzt, Leute. Ich schaff das schon. Pass auf, pass auf. Drei. Drei, zwei, eins. Engel, Engel. Oh mein Gott. Okay, wait a second. Sie erinnert sich gar nicht an mich gerade. Sie sagt nur, ich hab dich in der Freundesliste. Du hast so, Rio. Ich weiß aber nicht, wenn wir mal miteinander gespielt haben. Oh no, no. Ich hab ihr gerade geschrieben. So, wait, what? Wait. Oh, jetzt entschuldigt sie sich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Möglichkeit 2, was ich persönlich präferiere. Den noch ein bisschen außen ablegen. Nicht zu weit. Möglichkeit 2 ist unter dem Boss. Ist Safe Spot. Hier unten rechts an der Ecke. Genau da, wo der Boss draufsteht. Ja, oh, Mother Girl. Nicht laufen mit laufen. Also, wo ich jetzt stehe, kann eigentlich plus minus nix passieren. Da, seht ihr? Ah, fuck! Weil ich in die Gatlingern reingelaufen bin. Genau das. Deswegen hab ich gesagt, ich will nicht reden, ja? Genau. Ja, und zwar. Krieg. Nicht.